Dieses Gefühl, wenn du deinen nächsten Kurzurlaub gebucht hast. Die besten Ideen auf kurzurlaub.de. Zwei bis fünf Tage frei. Ja, liebe Clubfans zu Hause, bei uns steht unser neuer Co-Trainer René Renneau. René, erstmal herzlich willkommen beim 1. FC Magdeburg. Ja, herzlich willkommen. René, es war jetzt nicht viel Zeit, um reinzukommen. Es ging auch relativ schnell über den Winter. Du bist zusammen mit Pele Wollitz zu uns gestoßen, zur Mannschaft. Erstmal die Frage, wie hast du dich eingefunden, beziehungsweise wie haben die Jungs dich angenommen? Gut, natürlich die Jungs haben uns, glaube ich, erstmal entspannt aufgenommen, aber auch natürlich mit einem Blick nach vorne, was erwartet uns jetzt. Und ich glaube, dass die Jungs jetzt in den ersten Tagen uns kennengelernt haben, wie wir ticken so ein bisschen. Die Jungs checken das natürlich auch immer gerne ab. Und ich glaube, dass sie ein Gefühl für uns bekommen haben. Wir haben die ersten Gespräche geführt und ich glaube, die Jungs wissen ganz genau, wie sie uns zu nehmen haben, beziehungsweise wie wir sie. Ja, genau. Zusammen mit Pele Wollitz, wie siehst du dich da in diesem Team und jetzt insgesamt auch in der Konstellation zusammen mit Silvio? Genau. Pele hatte mich ja damals im Prinzip ins Team mit reingeholt und für mich war es natürlich eine Ehre, zum 1. FC Magdeburg mitzukommen. Und dementsprechend wollen wir hier im Prinzip was bewegen. Wir wollen halt einzelne Bausteine mit aufbauen, die nächsten Steps gehen. Wir haben uns die ganzen Gegentore, die ganzen Tore uns nochmal angeschaut, um zu gucken, wo können wir im Prinzip ansetzen, um da wirklich an den richtigen Schrauben zu drehen. Und dementsprechend setzen wir das halt mit den Jungs jetzt hier um. Du wirst sehr erfahren. Ich habe mal geschaut, du hast auch einige Bundesliga-Einsätze, bist bei Hertha groß geworden in Ost-Berlin. Wie sehr kitzelt dich das noch, wenn du jetzt auch siehst, Tüschi trainiert mit den Torhütern, weil du ja selber auch mal Torhüter warst? Bezüglich der Torhüter jetzt? Ja gut, meine Aufgabe ist es mit den Spielern. Und das habe ich in Cottbus halt auch gemacht. Und Tüschi macht die Torhüter und genau so soll es auch sein. Dann wünsche ich dir erstmal alles Gute beim FCM und eine gute Woche erstmal hier in Südspiel. Spanien. Danke dir, René. Danke. Vielen Dank.